Dorfromantik, das Brettspiel. Zu diesem wunderschönen Spiel erkläre ich dir in diesem Video total einfach alle Regeln, die du wissen musst, um direkt losspielen zu können. Auf geht's! Dorfromantik ist ein kooperatives Spiel, bei dem alle Spielende versuchen, gemeinsam eine möglichst schöne, aber auch punkteträchtige Landschaft zusammenzupuzzeln. Als erstes mischen wir verdeckt die Auftragsplättchen, das sind die mit der weißen Sprechblase auf der Rückseite, und machen daraus einen Stapel, platzieren den gut erreichbar an den Spielrand. Das gleiche machen wir mit den Landschaftsplättchen, das sind die mit der Windmühle auf dem Rücken. Die werden auch gemischt, verdeckt in Stapel sortiert, und drei von denen kommen zufällig zurück in die Schachtel. Den Rest legen wir auch wieder gut erreichbar zur Seite. Die 25 Auftragsmarker werden jetzt auch verdeckt gemischt, passt auf, dass da keine Zahl nach oben liegt, die darf man nicht sehen, und kommen auch gut erreichbar zur Seite. Und wichtig, öffnet die fünf Schachteln in der Box auch noch nicht, macht das bitte erst, wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Den Startspieler bestimmt ihr selber, und dieser beginnt jetzt, ein Plättchen aufzudecken. Ihr diskutiert zusammen, wo wir das am besten anlegen, nach gewissen Regeln, da gehen wir gleich drauf ein, und dann ist der nächste Spieler dran, ein Plättchen aufzudecken. Die ersten drei Züge sind hierbei etwas vorbestimmt. Es gibt nämlich eine Grundregel, solange es nicht drei offene, unerfüllte Auftragsplättchen gibt, muss man ein Auftragsplättchen nehmen. Und deswegen sind die ersten drei Plättchen so ein Auftragsplättchen, das wir jetzt nun auslegen. Immer wenn wir so ein Auftragsplättchen hinlegen, müssen wir auch immer einen verdeckten Auftragsmarker passend zum Symbol dazulegen, aufdecken. Der gibt jetzt an, eine Zahl, und zwar so viele Landschaftsteile müssen wir zusammen puzzeln, um das zu erfüllen. Das machen wir jetzt noch zweimal, weil immer drei offen liegen müssen. Und ganz wichtiger Hinweis, wenn wir so ein Auftragsplättchen umdrehen, dürfen wir uns auch erst den Marker anschauen und dann entscheiden, wo wir die beiden zusammen hinlegen. Also wir wissen, welche Zahl wir erfüllen müssen, bevor wir das einpuzzeln. Diese Aufträge versuchen wir als Spielende jetzt natürlich zu erfüllen. Wenn uns das gelingt und wir haben die Situation, dass wir weniger als drei von diesen Markern offen liegen haben, dann muss man als Zug immer wieder eins von diesen Auftragsplättchen nehmen und einen neuen Marker drauflegen. Also drei müssen immer offen da sein. Sind drei da, dann haben wir als Spieler die Möglichkeit, ein Landschaftsplättchen zu nehmen, das sinnvoll einzupuzzeln, um diese Aufträge natürlich zu erfüllen. Drei Aufträge liegen, also darf ich mir ein Landschaftsplättchen schnappen und versuche das jetzt sinnvoll einzupuzzeln. Dafür gibt es gewisse Regeln. Und zwar ist es grundsätzlich so, dass die gesamte Spielfläche natürlich zusammenhängend sein muss. Das heißt, eine von den sechs Kanten muss immer eine andere Kante von bereits der Spielfläche berühren. Darüber hinaus gibt es nur zwei wichtige Ausnahmen und zwar Flüsse und Gleise. Bei denen ist es nämlich so, die dürfen nur passend fortgesetzt werden. Also ich dürfte das Plättchen nicht hier anlegen, auch nicht hier anlegen und Flüsse dürfte ich auch nicht damit blockieren. Das heißt, einen Fluss kann ich nur sinnvoll mit einem Fluss fortführen und Gleise kann ich nur sinnvoll mit Gleisen weiterführen. Die dürfen nicht irgendwo in der Landschaft enden und ich darf natürlich auch keinen Fluss in eine Gleise enden lassen. Das ist nicht erlaubt. Ich dürfte aber natürlich an anderer Stelle weitere Flüsse oder Gleise starten. Bei allen anderen Landschaftsarten wie Wald, Getreide, Dorf oder auch die neutrale Wiese darfst du die an beliebige Kanten anlegen. Das muss nicht unbedingt passen. Nur nicht halt an Gleisen und Flüssen. Wie erfüllen wir jetzt diese Aufträge? Und zwar die Marker geben ja eine Zahl an. Und zwar das bedeutet, wie viele gleiche Landschaftsarten wir dort mit verbinden müssen. Wenn wir jetzt also weitere Landschaftsplättchen aufdenken, versuchen wir hier bei den Gleisen vier Gleise anzuschließen. Da haben wir jetzt drei. Das Plättchen würden wir vielleicht hier anlegen, um später den Wald erfüllen zu können. Da haben wir jetzt eins, zwei. Hier sind wir bei eins, zwei, drei. Decken wir das auf. Da haben wir wieder ein Waldstück. Da müssen wir jetzt aufpassen. Wenn wir das jetzt so machen, verschließen wir uns diese Kette. Das wollen wir nicht. Also drehen wir es so. Dann können wir hier noch weiter puzzeln, um die vier hier voll zu kriegen. Dann decken wir hier noch eine Gleise auf. Das passt sehr gut. So dürften wir das jetzt nicht anlegen, weil das Gleisstück hier endet. Das ist nicht erlaubt. Wir können es aber so drehen. Jetzt haben wir hier eins, zwei, drei, vier. Haben das erfüllt. Die Punkte nehmen wir uns zur Seite. Und der nächste Spieler muss natürlich jetzt ein Auftragsplättchen aufdecken. Auch das nehmen wir. Wasser. Legen eine Zahl drauf. Das ist die vier. Und dürfen das jetzt anlegen. Und bei Wasserstraßen ist es ja auch so. Die müssen immer angrenzend zu Wasser fortlaufen. Haben wir hier schon eins, zwei, drei. Brauchen wir nur noch eine Wasserstrecke. So, dann machen wir hier weiter. Wasserstrecke. Legen wir natürlich hier an. Haben wir die vier erfüllt. Können wir das hier zur Seite legen. Ein neues Auftragsplättchen. Oh, das kommt sehr gut. Decken wir auf. Wieder eine vier. Das ist jetzt eine besondere Situation. Und zwar ist es jetzt nicht erlaubt, das hier anzulegen. Da wir dieses Plättchen nicht mehr erfüllen können. Also müssen wir irgendwo eine neue Strecke starten. Zum Beispiel hier. So, wir versuchen noch den Wald voll zu kriegen. Das ist uns gerade noch nicht gegönnt. Gucken wir hier. Und da ist das Waldstück. Also legen wir das hier an. Eins, zwei, drei, vier. Das ist auch erfüllt. Nehmen wir als Punkte zur Seite. Neues Auftragsplättchen. Gleise. Legen wir an. Eine sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das passt perfekt. Legen wir das hier direkt an. Und können es sofort erfüllen. Auch die Punkte werden eingesackt. Neues Auftragsplättchen. Da spielt man jetzt einfach so weiter. Und auf ein, zwei Besonderheiten bei diesen Auftragsplättchen möchte ich gerade nochmal eingehen. Zum einen ist es erlaubt, dass man Auftragsplättchen auch gerne in Gebiete puzzeln darf, in denen schon Auftragsplättchen liegen. Also hier ist eins und da teilen sich das gleiche Gebiet. Das ist kein Problem. Wir haben hier ein, zwei, drei, vier Felder. Das heißt, wenn wir hier noch eine weitere Stadt anlegen, können wir die beide sogar gleichzeitig erfüllen. Nächstes decken wir auf. Da haben wir Glück. Das legen wir hier an. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Und können direkt beide erfüllen. So, decken wir da neue Auftragsplättchen auf. Hier haben wir ein Wassersymbol. Also decken hier was auf. Und dürften das hier auch fortsetzen. Wir müssen natürlich noch ein Auftragsplättchen aufdecken. Haben diesmal Getreidefeld. Haben hier eine vier gezogen. Und jetzt eine Sache, die wir nicht dürfen. Wir dürfen es zum Beispiel nicht an diesem Feld anlegen, weil es das direkt abschließen würde und das nicht mehr erfüllbar wäre. Das darf man hier also nicht. Aber wir können es hier einfach hier anlegen. Eins, zwei, drei. Und hier können wir weitermachen. Das ist erlaubt. Dann habe ich gerade nochmal eine Situation hergestellt, die auch nicht erlaubt wäre. Und zwar dürfte ich dieses Auftragsplättchen mit dem Getreide auch nicht in ein Gebiet setzen, wo es schon bereits mehr Felder gäbe, als man hier erfüllen müsste. Also eins, zwei, drei, vier haben wir schon. Wenn ich es hier anlege, dann hätten wir fünf. Also wäre nichts mehr zu erfüllen, weil man nämlich genau gleich viele Felder haben muss, um dieses zu erfüllen. Man darf es nicht übererfüllen. Also keine Situation, wo ich das hier anlegen darf. Und zuletzt noch die Erklärung, wie es passieren kann, dass auch Aufträge abgebrochen werden. Sollte es dazu kommen, dass durch das Anlegen eines Landschaftsplättchen ein Gebiet abgeschlossen wird und es nicht mehr möglich ist, diesen Auftrag zu erreichen, weil man hier nichts mehr anlegen kann und nur zwei Felder sind, aber vier erfüllt werden müssen, dann wird dieser Auftrag abgebrochen. Er kommt aus dem Spiel. Im nächsten Zug deckt man einfach ein neues Auftragsplättchen auf. Und das passiert auch dann, wenn man ein Gebiet übererfüllen sollte. Ein Beispiel dazu. Wir haben hier ein Auftragsplättchen mit vier für Getreide. Wir haben hier eins, zwei. Hier liegen auch zwei. Wir decken also eins auf. Wenn wir das jetzt hier reinlegen, dann haben wir plötzlich eins, zwei, drei, vier, fünf. Also übererfüllt. In dem Fall wird das hier auch abgebrochen. Kommt aus dem Spiel. Jetzt müsst ihr nur noch wissen, was es mit den Fähnchen auf sich hat. Und dann wisst ihr auch wirklich alles, um direkt losspielen zu können. Und zwar findet ihr auf manchen Landschaftsplättchen solche Fähnchen. Die gibt es für den Wald, für die Stadt und Getreide. Und die könnt ihr jetzt wie normale Landschaftsplättchen einfach anlegen. Zum Beispiel hier. Und jetzt versucht ihr einfach ein möglichst großes Gebiet hiervon zu puzzeln, weil es dafür gleich nochmal Punkte gibt. Ich habe die Partie jetzt mal schnell zu Ende gespielt. Und zwar endet sie dann, wenn man ein Landschaftsplättchen ziehen muss, aber keine mehr da sind. Und dann wird abgerechnet. Und dazu schauen wir jetzt natürlich auf den Wertungsblock. Wir sehen hier erstmal die Aufträge für die jeweiligen Landschaften. Also hier Bäume haben wir 14 Punkte. Getreide 10. Stadt sind 20. Schienen 15. Und Wasser sind 19 Punkte. Dann schauen wir auf die Fahnen. Und ganz wichtig, hier zählen abgeschlossene Gebiete. Wir haben hier eine Fahne für Getreide. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Felder. Ist auch alles abgeschlossen. Also sieben Punkte. Für Bäume haben wir hier die Fahne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Aber das Gebiet haben wir hier leider nicht abgeschlossen. Also gibt es die Punkte nicht. Dann gucken wir bei der Stadt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und auch hier leider nicht abgeschlossen. Keine Punkte. Die haben wir verschenkt. Dann gucken wir auf die längste Eisenbahnstrecke und die längste Wasserstraße. Bei den Schienen zählen wir einmal durch. Wir haben hier eine Schienenstrecke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hier sind es zwei. Die wird es nicht sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die längste sind also zehn. Zehn Punkte. Und bei der Wasserstraße zählen wir auch noch mal kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also auch zehn Punkte. Das ist ein Bereich, den spielen wir uns erst frei. Da gibt es später noch Punkte. Und das zählen wir jetzt einmal zusammen. 105 Punkte sind es geworden. Und die tragen uns jetzt auf dem Kampagnenbogen ein. Hier links gucken wir, wie viele Punkte wir erreicht haben. Bei 105 sind wir auf dem Level eines Zeitungsjungen, kriegen dafür zwei Kreuze, tragen uns hier also Spiel 1 ein mit einer 1. Wenn wir später noch mal nur 100 Punkte erreichen sollten oder bis zu 110, dann tragen wir uns das zweite Spiel hier auch noch ein, bekommen zwei Kreuze. Die zwei kreuzen wir hier weg. Und immer wenn wir dann so ein Feld erreicht haben, gibt es die Anweisung, zum Beispiel hier, öffne Schachtel 1. Jetzt ist endlich der Moment gekommen, wo ihr Schachtel 1 öffnen dürft. Viel Spaß damit. Ich möchte nicht groß spoilern, nur der Hinweis, es gibt dort eine Karte, die erklärt, was zu tun ist. Meistens muss man auch auf dem Kampagnenbogen ganz rechts als erstes ein paar Sachen freischalten. Dann gibt es auch Erfolgskarten, die ins Spiel kommen. Wenn ihr auf der Vorderseite schaut, seht ihr, was ihr in der Partie schaffen müsst, um die zu erfüllen. Dann dürft ihr sie umdrehen, neue Sachen werden freigeschaltet und immer so weiter. Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Ciao!